Sie sind hier, 6. Dezember 2018, 16.48 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Markus Mariota und seine Tennessee Titans stehen gegen die Jaguars unter Druck, Urheberrecht, Getty Images, den Auftakt zum 14. Spieltag machen die Tennessee Titans und die Jacksonville Jaguars. Nur bei einem Sieg, können die Gastgeber noch von den Playoffs träumen. Wenn die Tennessee Titans die Jacksonville Jaguars empfangen, ist der 14. Spieltag der NFL-Saison offiziell eingeläutet. Im Thursday-Night-Game der NFL sind die Jaguars bei den Titans im Nissan-Stadion zu Gast. Während die Jaguars in der AFC South mit 4 Siegen und 8 Niederlagen keine realistische Chancen mehr auf die Playoffs haben, haben die Titans 6-6 die Postseason nicht ganz abgeschrieben. Um aber auch weiter von den Playoffs träumen zu können, muss ein Sieg her, Anzeige, die NFL bei DRZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern, Titans und Jaguars mit Erfolgserlebnissen im Sonntag kommt es zum Showdown in der NFC East zwischen Titelverteidiger Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys. Nur der Sieger darf sich in dieser hart umkämpfenden Division noch berechtigte Hoffnungen auf die Playoffs machen. Für die Postseason schon sicher qualifiziert sind die Los Angeles Rams als Sieger der NFC West. Das derzeit beste Team der NFL 11 zu 1 Siege, muss im Sunday-Night-Game bei den Chicago Bears antreten, die mit einer Bilanz von 8 zu 4 überraschend die NFC North anführen. So können Sie Tennessee Titans Jacksonville Jaguars live verfolgen. TV Stream Das sind Ticker Sport 1.2 Die Partien des 14 Spieltags in der Übersicht Freitag 7. Dezember Tennessee Titans Jacksonville Jaguars 2.20 Uhr Sonntag 9. Dezember Green Bay Packers 20.05 Uhr Rockland Raiders Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys Philadelphia Eagles Arizona Cardinals Detroit Lions alle 22.25 Uhr Montag 10. Dezember Chicago Bears Los Angeles Rams 2.20 Uhr Dienstag 11. Dezember Seattle Seahawks Minnesota Vikings 2.15 Uhr Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr-Streams, Live-Streams, 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 Live-Streams